Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich im Rahmen seiner Russland-Reise mit dem ehemaligen sowjetischen Staatschef Mikhail Gorbatschow getroffen. Später steht ein Gespräch mit Präsident Putin auf dem Plan. Mit seinem Besuch in Moskau will Steinmeier einer weiteren Entfremdung Russlands und Deutschlands entgegenwirken. Es sei wichtig, dass der Dialog zwischen beiden Staaten bestehen bleibe. Es ist der erste Besuch eines deutschen Staatsoberhaupts in Russland seit sieben Jahren. Zuletzt hatte sich Steinmeier vor anderthalb Jahren mit Putin in Moskau getroffen, damals noch als Außenminister.